Servus, wir starten bald unsere Beyond Gold Bibelschule für Spitzensportler, aber auch Schauspieler, Sänger, Nachwuchstalente, deren Coaches, Betreuer und Familienangehörige. Warum eine Beyond Gold Bibelschule? Unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, wie stark toxische Gedanken unser Leben und unsere mentale Gesundheit beeinflussen, wie wir Lügen in unseren Gedanken mit Wahrheiten austauschen und unser Leben auf ein festes Fundament stellen können. Diese Erkenntnisse untermauern bereits alte biblische Weisheiten und deswegen hier aus dem Stall. Weil auch im Stall, da müssen wir was, da müssen wir ausmisten und darum auch der Cowboyhurt, wer sein Abenteuer ist. Und so ist es auch mit Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und indem wir ihn und sein Wort für unser Leben persönlich kennenlernen und seine Worte in unserem Leben auch umsetzen, vergleicht er es mit einem Baumeister, der sein Haus auf einem festen Steinfundament baut, statt auf Sand und so jeglichen Stürmern des Lebens standhält. Unsere Beyond Gold Bibelschule ermöglicht dir, nebst deiner Karriere angepasst zu deinem persönlichen Lifestyle, ein gesundes biblisches Fundament zu bauen, toxische Gedanken zu entlarven, deine Gedanken zu erneuern und aus Freude wirklich befreit dein volles Leistungspotenzial abzurufen. Der Zeitaufwand beträgt circa zwei Stunden pro Woche im Selbststudium mit ganz, ganz tollen Audiolektionen, Leseaufgaben, ein bis zwei Praktikumstagen, sowie einmal im Monat ein Abend, wo wir zusammen Fragen, ganz persönliche, mentale und theologische Fragen von dir beantworten. Neurowissenschaftlerin und Bestsellerautorin Dr. Caroline Leaf und Dr. Sean Morris haben sich bereit erklärt, für Fragen und Antworten bereitzustehen. Ein positiver Abschluss dieser Bibelschule wird dir an der Theologischen Hochschule IGW in Zürich mit Credits für ein weiterführendes Bachelor- oder Masterstudienlehrgänge angerechnet. Du bist also herzlichst zum Infoabend eingeladen. Nähere Details und Anmeldemöglichkeiten zum Infoabend findest du in unserem Flyer oder auf unserer Website www.beyond-gold.org. Wir würden uns sehr freuen, dich am Infoabend willkommen zu heißen und auch bald hoffentlich wiederzusehen. Ganz liebe Grüße aus dem Stall und bis bald. Ciao!